Luchstra ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung von Luxio, welches sich wiederum aus Scheinungs entwickelt. Luchstra ist ein mittelgroßes und löwenartiges Pokémon mit einem schlank gebauten Körper. Sein Oberkörper ist größtenteils mit schwarzem Fell, der Mittelteil mit blauem Unterhinterkörper wieder mit schwarzem Fell bedeckt. Seine schwarzen Mähne ist dabei struppig und dicht und an Luchstras Vorderbein sind drei gelbe Ringe im Fell zu erkennen. Die zwei blauen Ohren sind in gelb und über die Mähne klar sichtbar. Der schwarze Schwafe ist recht lang und am Ende ist ein gelber Stern angebracht und die Scheiningform weist gelbes Fell und orangefarbener Verzierungen auf. Ab seiner Entwicklung auf Level 30 bekommt es einige weitere Elektroattacken hinzu, einige vom Typ Status und einige vom Typ oder von der Kategorie physisch. Die einzige Spezialattacke ist dann Ladungsstoß und eine weitere Unlichtattacke mit Knirscher und wie gesagt Elektroattacken wie Donnerwelle oder Stromstoß. Eine mögliche Fähigkeit die es haben kann ist Rivalität. Durch die Fähigkeit Rivalität wird der Angriff erhöht, wenn der Gegner dasselbe Geschlechtfehler zu Luchstra hat. Dann kann es die Fähigkeit Bedrohung haben, wodurch der Angriff des Gegners gesenkt wird oder die versteckte Fähigkeit ist Adrenalin, wodurch der Angriff bei einer negativen Statusveränderung von Luchstra erhöht wird. Luchstra gilt als besonders diszipliniert. In Kämpfen macht es sich kräftige Angriffe des Elektrotyps zu nutze, hauptsächlich zeichnet es sich jedoch durch seine durchdringenden roten Augen mit gelber Pupille und Iris aus. Leuchten sie golden auf, kann das Pokémon mit Röntgenblick durch jedes Hindernis hindurchsehen. Es nutzt seine mächtigen Fähigkeiten bei der Suche nach Beute, die sich hinter Wänden versteckt, kann allerdings auch seine verlorengegangenen Jungen wiederfinden oder sie dazu nutzen nahende Gefahren zu erspüren. Der Einsatz seiner hellseherischen Fähigkeiten verbraucht jedoch viel Elektrizität, die durch oder die Luchstra durch ausgewiegige Schläfchen zurückgewinnt. Dabei stellt Luchstra den letzten Teil der deutschsprachigen Entwicklungsreihe dar. Dabei entwickelt sich das Shinox zu Luchsi auf Level 15 und Luchsu zu Luchstra auf Level 30. Man kann bei dieser Entwicklungslinie die Entwicklung eines jungen Löwen zu einem erwachsenen Exemplar beobachten. Im Verlauf der Evolution wird es immer grimmiger, aber auch deutlich stärker und Löwenartiger. Die Mähne wird immer größer und der Schweifelt länger und Scheinung hat hier einen goldenen Ring und seinem Vorderbein Luxio 2 und Luchstra 3. Und mit dem Typen Elektro nimmt es halben Schaden gegen Flug, Stahl und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.